Sehr gut. Gameplay verbessern. Sounds verbessern. Comerfic verbessern. Marketingkampagne für das Ding. Eine. Das ist halt... Die gehen ab wie Schmitz Katze. Äh... Forschung. Was kostet dieses Gebäude? 100 Millionen. Nice. So, wie kriege ich denn da jetzt? Am besten die Heizung hoch. Doppelach. Doppelach. Möcheln. Doppelach. Doppelach Doppelach. Also irgendwie kommt man da hin, ohne dass man friert. Das ist ja schon mal was. Was haben wir denn alles? Entwicklung haben wir, Konsolenentwicklung haben wir noch nicht, Forschung haben wir, Qualitätssicherung haben wir, Support haben wir noch nicht, Marketing haben wir, das haben wir, das haben wir, Werkstatt haben wir, Produktion haben wir, Lagerraum haben wir, Trainingsraum haben wir nicht. Konsolenentwicklung. Schwierig. So, wir brauchen hier um auf jeden Fall eine Toilette, dass die nicht so weit laufen müssen, wenn die mal müssen. Und wir brauchen hier oben auf jeden Fall einen Aufenthaltsraum. Und dann haben wir jetzt noch Platz für einen Support. So, was war auf jeden Fall noch braun sind Medizinschränke, die vergisst, wie gesagt, der Computer immer. Dass wenn die krank werden, dass die sich hier Medizin holen können und nicht laufen müssen bis irgendwo hin. Und dann brauchen wir hier vorne noch Heizungen, weil die sind alle so verfroren, unsere Mitarbeiter, dass die keinen Bock mehr haben zu arbeiten, wenn es kalt ist. So, dann kriegen wir 20 Support-Leute da rein. Das ist schon mal sehr gut, dann können wir mal gucken, hier Marketing-Support. Yay! Wir finden sogar schon einen Mitarbeiter. Ja gut, Kundensupport 17.000. Mal gucken, wie lange er braucht. Und Techniker brauchen wir dann noch. Da haben wir auch schon mal zwei Stück. Wir haben ja auch in der Werkstatt da unten noch welche. Die können wir ja auch noch hochschieben. Sputnik ist eine gute Idee. Den hätte ich jetzt tatsächlich hier oben vergessen. Und wir haben hier oben fast nur Mitarbeiter. Hier unten brauche ich ihn nicht. Da brauche ich eigentlich auch keine Heizung. Aber da oben brauche ich den auf jeden Fall. Das stimmt. Ich bin gerade echt am überlegen. Thomas hat auch ein Partyhütchen bekommen. Kommen alle Partyhütchen heute. Twitch ist richtig spendabel. Jeder bekommt einen Partyhut. Ich bin gerade echt am überlegen, ob wir hier unten die vier Leute mal abziehen sollen. Die haben eh gerade nichts zu tun. Was ist los, Strike? Hast du keinen? Oder warum hast du ein trauriges Gesicht? Ich bin gerade nicht. So, Auftragsarbeiten. Ich bin mal gespannt, ob die die hinkriegen. Das geht aber schnell. Äh, doch. Du hast das bestimmt bekommen, die Tage, als du hier im Chat rumgelungert bist. Und, äh, so wie ich auch, ja. Und dann hast du das geteilt, als kein Stream war oder so. Ja eben. Also ich meine, ich bin ja auch. Ich war im Chat und dann habe ich das gelesen, dass ich da so einen Partyhut kriege. Dann habe ich gesagt, oh cool, den kann ich teilen, wenn ich streame. Und dann habe ich gestreamt und dann gab es keinen mehr. Der Zeitreisender hat zwölf Millionen verdient. Das Physikus läuft schon auf die sechs Millionen zu. Yo, die geben hier richtig Gas. Also Moni Moni. Ähm, Entwicklung fortsetzen. Ja, den Partyhut, den ich finde den nicht. Ich weiß auch nicht mal, wo ich den finde. Welchen Emoji-Bereichen hier vom Chat. So, Fachkräftesuche, wir suchen Techniker, so viele wie wir kriegen können. Jetzt posten alle ihre Partyhüter. Okay, keinen plassen Dunst. So, wie viel müsst ihr denn noch? Noch 30. Warum laufen die denn da rum, wo keine Heizung ist? Das ist aber auch ein Drama mit den Mitarbeitern hier. Überall machst du Heizungen hin, ja? Und dann laufen sie dort lang, wo keine Heizung ist und beschweren sich, dass es kalt ist. Mitarbeiter, seid ihr dumm? Na gut, die arbeiten für mich, die müssen dumm sein. Partyhüter ist ein globales Twitch-Emote. Ich muss schon mal ankündigen. Meine Frau, die ist krank. Falls ich also irgendwann in nächster Zeit nicht streame, wo ich eigentlich hätte streamen wollen, haben wir es wieder erfolgreich geschafft. So, ne Auftragsarbeit. Yay! Sie sind durch. So, dann machen wir noch schnell das Genre. Survival. Dann haben wir glaube ich alle Genres, die es gibt. Wobei ich bin mir da nicht sicher. Survival ist ein neues. Aber ob das eingefügt wurde und es keins mehr danach gibt, weiß ich jetzt grad gar nicht. Ja ne, ich weiß nicht, ob sie mich angesteckt hat. Aber meistens ist es so, dass meine Frau von der Arbeit kommt und sagt, dir geht es nicht gut. Und dass wieder ein Kunde bei ihr war, der rumgeschnieft, rumgenießt und rumgehustet hat. Und dann dauert es meistens so drei Tage und dann sagt sie, ihr geht es nicht gut. Und dann dauert es meistens nochmal drei Tage und dann geht es mir nicht mehr gut. Man sollte ja meinen, die Leute hätten aus Corona was gelernt. Wenn du krank bist, bleib mit deinem Arsch zu Haus. Aber nein. Ne, das stimmt nicht. Also nach den Videos, die ich da so geguckt habe zum Lernen die letzten zwei Tage. Also hatte ich echt Bock auf Mad Games Tycoon. So, ähm, Gameplay Feature. So, das noch machen. Und dann warten wir hier bis neue Hardware Forschung verfügbar ist. Los geht's. Oh, das Spiel ist fertig. Wie lange ist denn das schon fertig und liegt hier rum? Haben wir ganz schön gepolished, würde ich mal sagen. Ähm, selbst vertreiben. Los geht's. Boah. Direkt mal ein Rennspiel mit 83%. Und wir haben eine 1,5er IP, weil wir die eingekauft haben. Warum selber was hochskillen? Warum selber was hochskillen? Warum selber was hochskillen? Das heißt, ist kein Problem. Wenn sie es haben können, sie arbeiten gehen. Ähm, so. Viele Berichte erstellen. Oh, aber es sieht nicht gut aus. Das geht schon böse in die Knie. Also, es ist in der Tat, diese eine Mitarbeiterin, die baut langsam hier ab. Also, das ist kein Witz. Eine Mitarbeiterin baut von 70% ab auf 54%. Die Ärmste. Kommt morgens ins Büro. Und hat immer noch so einen Berg vor sich. Können wir ein paar mithelfen. Geht schneller. So, Physikus hat irgendwie 10 Millionen verdient. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wie. So, alte Engine upgraden. Oh, kein neues. Kein neues. Dann, ähm. Spiel entwickeln. Fortsetzung. Was haben wir denn da? Mittlerweile können wir das wieder machen. Wieso ist Billard eigentlich so abgeschmiert und Bogenturnier so hoch gekommen? Ich weiß warum. Ich weiß warum. Bogenturnier hängt hier dran. Das hat eine IP. Wir müssen mal ein neues Billard machen. So, ähm. Wir brauchen vermutlich einen A-Titel. So, was können wir noch dazu packen? Ähm. Das hier. Scheiß drauf. Die hat 52 Millionen Kunden. Oha. Das haben wir noch gar nicht, haben wir noch gar nicht gesehen. Stimmt, die 3er Technologiestufe ist die, für die es keine richtige Engine gibt. Das ist die, wo alles auf dem Kopf steht. Oh Backe. Ähm. Was war das neueste? Geschicklichkeitsspiel. Das hier. Das mal übernehmen, dass wir auf dem richtigen Level arbeiten. Einige Spieler beschweren sich darüber, dass Bogenturnier 2 viel zu schwierig ist. Ähm. Ja. Also. Einer, der ganz wenig spielt, will, dass überall Blut rumspritzt. Ja. Aber sich dafür nicht anstrengen. Ja. Welches Spiel könnte man damit gleichsetzen? Äh. Höhere Spiellänge. Und das war's schon. Höhere Spiellänge. Zugänglicher. Dann eins runter beim Missionsdesign. Oder so. Das sind zumindest alle schon mal Dinge, wo wir sagen, die hatten wir noch nicht. So. Dann brauchen wir von denen wieder ein besseres Gameplay. Von denen brauchen wir eine Marketingkampagne für das Spiel. Äh. Ne TV Werbung. Und da brauchen wir die Sounds und die Grafik für. So. Die haben jetzt das Gehäuse gleich fertig. Dann gibt's da glaube ich nicht mehr viel. Und dann gibt's wieder was Neues für die Engine. So. Engine Feature. Was können wir jetzt hier bauen? Wenn wir jetzt hier eine Konsole entwickeln würden. Sagen wir mal eine stationäre Konsole. Hätten wir schon alles voller 3er Bauteile. Das ist natürlich nice. Dann würde ich sagen, wir machen unsere erste OBG. Oh. Wir brauchen dafür 11 Millionen. Oh. Wir brauchen dafür 11 Millionen. wie Stuwart. So. Wir machen die Orange. Gibt kein Vorgängermodell. Vier Controller dazu. Und als vorinstalliertes Spiel machen wir dazu. Und als vorinstalliertes Spiel machen wir dazu GTI. was mit rein. Und sagen wir viel Spaß hier bei der Entwicklung unserer ersten 3er Konsole. Die dann hoffentlich den anderen bisschen Konkurrenz macht. So. Dann machen wir hier ein Spezialmarketing für das hier. Dann machen wir ein Spezialmarketing mit der Vorabversion. Kommt gleich noch eine Messe? Ich glaube es kommt gleich noch eine Messe. Achtung. Und. Messe. Sehr schön. Dann nehmen wir nämlich jetzt die Messe mit. Packen das hier rein. Dann kommen wir über 90 und dann können wir ein Spezial über Hype versuchen. Für Villiers 2. So. Wir kriegen ihn überall. Jetzt bin ich baff. So. Was steht an? Konsolen Feature. Das können wir noch nachlegen. Und dann. So. Alter, wieso habe ich denn hier. Hier. Ich weiß nicht. Konsolen Features, das kommt noch dazu, wir sind leer, wir haben alles, können noch bei Hardware können wir warten bis wieder was verfügbar ist und wenn was kommt dann können wir erforschen, das ist sehr gut, aber wir haben kein Geld, Mist, wir haben kein Geld, Blick noch fortsetzen. Hot Summer Games, 136.000 Einheiten verkauft, 51.000 Gewinn gemacht. Ich krieg 5% davon, eine Beteiligung pro Spiel von 2 Cent. Lass mal kurz rechnen, wenn 5% 2 Cent sind. Dann sind 4 Cent 10%. Dann sind 40 Cent 100%. Kommt das hin? Wenn 40 Cent 100% wären, müssten das, das kommt hin. Die haben ihr Spiel für unter einen Dollar verkauft? Geht das überhaupt? Das ergibt doch gar keinen Sinn, wieso verkauft man ein Spiel für 40 Cent? Wobei, die 40 Cent sind der Gewinn, ne? Darf ich wieder nicht Umsatz und Gewinn miteinander verwechseln? Der VK ist ja nicht der Gewinn. Aber trotzdem, also 40 Cent an einem Spiel? So, wir haben keine Game of the Year Edition mehr, die wir raushauen können. Ich mache wieder einmal. Ich mache wieder eine kleine Zeit die Kilo, die wir auf dem Spiel machen können.